Boah, wie geil das aussieht, ey, ich brauch riesige Fotos. Boah, wie geil das ist. Looks doch pretty good, oder? Hat keiner gesehen. Let's go back to the truck. Let's go. Ich würde schon mal sagen, es wurde umdo geschissen. Letzter Manns hier. 26 Grad in Schatten. Auf den Bergen sind es lecker. Das war echt geil. Let´s go! Genau wo du Latsch russst Super Chani Dann fahre ich hier Ich habe ihn nackt auf und dachte, er sei in meine Kalle gefressen. Ich habe ihn nackt auf und dachte, er sei in meine Kalle gefressen. Ich habe ihn nackt auf und dachte, er sei in meine Kalle gefressen. Das war so in der Hau. Das habe ich genommen, reingezogen und den Rest auf die Leute geschmissen. Ob du es glaubst oder nicht, über Knustel. Ich habe es voll angst, wo es drauf ist. Die Magen wäre jetzt noch tief. Es ist nicht das mal angesehen. Wunderlich! 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 Jetzt habe ich noch eine verbraucht. Und das ist nicht meine Lehrerin, die hat es mir auch nicht erlaubt. Und die heißt auch nicht... Beep! Beep! Die habe es... Beep! Und Beep! Steht mir das? Nein. Du müsst abstimmen. Schwul. Okay. Egal, abstimmen. Schwul. Abstimmen. Ach, halt das Maul. Okay, abstimmen. Du Kettenraucher. Lass mir erstmal die Klasse abstimmen, wie das aussieht. Er sagt nein. Hackern bin ich hübsch. Sie markern noch alle. Na, hackern, hackern. Und hackern. Nein, bist du nicht. Egal. Moin bin ich hübsch. Ich bin nicht schwul, also du markern nicht hübsch. Ja, bist du. Mach's. 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 Was ist mit Vergewaltigung zu Parksizesiden? Und Abtreibung. Wunderlich, vorsichtig. Vers responds. Verstehst du nicht? Ich liebe nicht dich, sondern Abtreibung. Das mache ich mich jetzt essen, ey. Warum hast du eigentlich einen Fleck drum an der Kamera? Könntest du es erklären? Oh, 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 warte, warte. Das ist die Kamera richtig. Ist das gleich fest? Ich fest. Äh! Das war voll krass, ey. Das war krass. Hier gibt es Drogen und Alkohol. Und wenn du mal nachts unser Zimmer sehen würdest, dann müsst ihr in die Hose scheißen. Dann müsst ihr in Vergewaltigung und so. Dann müsst ihr in Vergewaltigung und so.